Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall gut angekommen wird, auch bei meinen Kollegen. Läuft bei uns. In Dauerschleife. Das war mein Lieblings-Weihnachtslied. Danke, Martin. Lach nicht. Sonst kommst du da her. Osser. Okay. Mitarbeiter des Monats werde ich vielleicht nicht im Dezember. Egal. Bitte, bitte, bitte. Herz auf zum Klicken. Bitte. Tell me, baby. Do you recognize me? Scherzidee. Hey, hörst du das? Sie ist gerade leise.